Was macht, ist das Losers gefordert oder was? Äh... Okay, wir haben Soka gegen Bert. Ah, das ist Losers. Okay. Ja, das ist Losers. Und Bert ist der Grüne, glaube ich. Ja, mit dem Miner-Attack. Definitiv. Das ist kein Warm-Up. Die Spiele sind schon... Ich weiß gar nicht, wer hier gewinnen könnte. Das ist, glaube ich, hier in Irlandtrieb. Äh, Even. Ich weiß es nicht genau. Aber so kann man es definitiv, weil er manchmal ein bisschen... Wie sagt man so? Nervös ist oder so. Hier? Ich muss das nicht konzentrieren. Ich sage, wenn er nicht SDs macht. Oh! Wollte den Text-Chase-Cleaner. Das ist mal ne nette Kompon. Boah! удק Beia to den ersten Sok Hehe, der springt genau von der Ledge Oh, okay. Oh, der ist schon hier. Oh, der ist schon hier. Oh, der ist back, ja. Oh, der ist schon hier. Oh, was das noch getrocknet hat. Jetzt muss er schnell Damage machen. Oh, das war nice. Nice. Nein, schade. Er hätte einen ST gemacht. Ein Active Stream, also bei uns nicht. Ja, es sieht so aus, als ob Bert so ein bisschen besser ist. Also in den meisten Matches im Spiel und so. Und im Moment. Also Soka kann definitiv noch gewinnen. Weil er jetzt noch ein paar gute Propos kriegt. Muss vorsichtig sein. Oh, good tank. Oh, Soka reißt an sich. Ah, das sieht so gut aus. Ah, das sieht so gut aus. Ich glaube, das war's. Ja. Geht so weit weg. Was ist denn das besser zu tun? 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 Erstes Match geht an dem Fox mit den roten Stiefeln. 1-0 für Bert. Und wir gehen nach... 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Das wäre es fast gewesen sogar. Aber wir lassen es Soka. Grab. Re-Grab. Und wir haben eine Snatch Guard. Das muss Soka. Naah. Schade. Wir hätten einfach runterspringen können. Mit dem Schein. Ich weiß nicht. Schade. Ich habe schon wieder keine Endgas. Oh, das hätte ein Upsmurf sein können. Und? Ah, ey. Geht zu ner Hand. Ah. Hat er grabben sollen vielleicht. Und? Was? Oh. Verpasst den ab, ja. Okay. Okay. Hat er Kämpfter Stock für Soka? Ja. 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 Oh. Oh, er hat den Grab. Das ist gut. Oder auch nicht. Die Lüfte einfach nach vorne, was ein bisschen komisch ist. Oh. Oh, der Ab-Smash. Nice. Tag Chase. Oh. Oh, der Ab-Know. Ah, der hätte irgendwas machen sollen. Der Ab-Smash oder sowas. Das müsste sein. Soka? Nein. Verpasst den Edge Guard. Ja, er muss... Er wird die Edge Guard. Oh. Das war's. Sehr schön. Lässt dich rappen. Kommt wieder auf Stage. Oh. Oh. Soka's Chance, die Führung auszubauen. Ja. Ja. Aber... Sehr schade. Oh, nein! Ah, Berth. Springt runter. Das war nicht so gut. Springt mit seinem Ton. Wir suchen noch den Ab-Smash. Ah, okay. Er kriegt ihn auch. Er sitzt auf dem Boden. Okay. Ab-Ab-Abslam. Viel Schaden. Sehr viel Schaden. Oh. Berth steht einfach auf. Ah, der hätte irgendwas machen können. Oh. Ah, sehr. Schade. Okay, Berth ist den einfach. Warum nicht? Und sie geht wohin? Yoshi's Story vielleicht? Oh. Yoshi. Ready? Go! оп-g High-reality evil door. Oh, ein Jab Reset, aber führt nicht zum Grab. Landet auf der Wolke. Ah, okay. Einter Minut, äh, bisher. Okay, der erste ist... Oh, so kann ich noch. Ah, der ist ein bisschen wahren. Ah, der Double-Tag kriegt ihn. Okay, nice. Das ist jetzt gewesen. Das ist ein Stock. Geht an Bärth. Nein, Sokka. Nein, das ist auch nicht passiert. Jetzt hatte er, ähm, gerade die Chance, das wieder einigermaßen leicht zu machen, aber ich spürte nicht selbst. Oh, als würde er gekommen wurden. Bärth hat hohe Prozente. Ah, okay. Das war's. Oh, der Drill. Sehr gut. Sokka kann noch zurückkommen, aber er muss ein paar gute Punchen. Oh, Shit-Zweig. Sehr gut. Das war nicht schlecht. Wert. Oh, Sokka. Ah, nein. Ah, kriegt die Edge-Gards an der nicht. Das ist das Problem. Du musst die Edge-Gards kriegen. Gut, aber den... Zwei Stocks noch für Sokka? Ja. Oh. Ja, das war's. Aber das letzte Mensch jetzt. Oder nicht das letzte, aber das vierte, oder? Ja. Ähm. Und es geht nach Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, ähm. Gutes State für Fox, aber da beide Fox sind. Boah. Hat immer even alles. Der Gewinner muss gegen... Oh, Jab Reset ab, er! Oh, das war ne nice Pop-O-Wart. Aber leider hätte es noch ein bisschen... weitergehen können. Er macht so oft die... diese Illusion, ne? Side-B. Und Baird kann die Ange-Bassel-Punishen. Okay, Spot-Dodge. Oh, der Double-Tick. Äh... Das war ne nette Idee, aber... Baird hat's gecovert. Oh, Forward Smash! Einfach mal... Jab und dann Forward Smash. Hat sich bezahlt gemacht. Joa... Das war so... unerwartet. Ah, er... muss ein bisschen warten, bevor er immer rausspringt. Ah, er... 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 Hätte er vielleicht Abwehr machen sollen. Okay, die Jabs sind gegenwärtig. Beide sind relativ kurz vorm Tod. Ah, der F-Flo. Ich weiß nicht. Wenn er nach oben drüber drüber werfen. Ah, das Schwert macht jedes Mal bis zu 2 W. Und Soka macht einfach nichts dagegen. Oh. Okay. Ja, er gibt ihm einen Stock. Ich bin einfach runter aus Versehen. Oh, das war ein netter Approach. Da wird die Grab. Oh. Ah, nein. Soka. Sehr gut. Ah, aber macht er da nichts aus. Oh. Nein. Ah, er wird mehr Punkte zu scheinen, aber... Und... Ah, da hätte er irgendwie, ich weiß nicht... Vielleicht lieber näher machen sollen oder was. Oder Reverse Back, ja. Ah, der Upsmash. Upsmash! Ach, uuuh. Ah, schade. So, das ist ein Wert, äh, das ist Lukas potenzieller letzter Sock. Oh. Oh. Richtig aus dem Scythe. Hat er irgendwie Punishment können, nachdem er den Getter ging. Oh. Das war sehr nice, aber er hat auch den Sprung gehabt. Falsche Richtung. Nice. Das war er. Okay. Das ist noch alles offen. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Das war nice. Sock hat auf jeden Fall, äh... Einige Mal das guten Text, will. Wer hat eigentlich auch... Oh. Ja. Okay. Okay. Das war... Das war... Halt. 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 Ha. Halt. Halt. Ha. 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 Huh. Ha. Dehhe auch noch mal upsmallt... Neeeeee. Bl Proper. Ha! Nincoup семfach. Und wir gehen nach FOD. Okay, FOD, ich weiß gar nicht, ob er das genommen hat. Das ist ein bisschen so eine Janko-Stage. Oh, Zucker. Sehr gut! Ah, aber... Oh! Oh! Sehr gut, Zucker. So, jetzt hat er gewartet eben. Das war nicht schlecht. Oh! Zwei schnelle Socks. Das war... Soka fühlt sich jetzt confident gerade. Weil er ihn... Oh! Was macht er dafür Sachen? Was ist mit Soka passiert? Oh mein Gott! Das ist smart. Was richtet die ein? Der Eid ist richtig. Was ist aber oben die ein? Jetzt nicht das Momentum verlieren? Oh! Es geht dem Shine Spike. Der Soka hat ihn verbrannt. Nein! Der Soka ist... Aber es ist immer noch even. Es ist immer noch even. Es ist immer noch even. Nein! Oh Gott, mein Gott. Soka. Soka, ähm... Ich glaube, Soka hat keine Lust mehr. Das ist jetzt... Oh! Er kann doch nicht auf Side B eigentlich machen. Ich muss vielleicht schon mal. Ja, oh! Jetzt aber! Ja! Nein! Zu kurz! Nee, Soka hat's weggeschmissen. Leider. Ja! Das ist wirklich weggeschmissen gewesen. Naja, schade. Schade! Jetzt die Tür schon jetzt eigentlich in der Mitte. Ich habe ja auch gehört. Justine! Was ist denn da? Das ist ja der. Nee, was ist ja der. Ja, aber es ist ja der Ding quietsch. Vielen Dank.